Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Megaman X2. Wir wollen uns dem vorletzten der Robo Master widmen. Das ist Magna Centipede. Ja, ich glaube das ist ein Skorpioner, 1000 Füßler. Fühlen wir nicht sicher, eins von beiden zumindest. So, boom, kaputt. Und außerdem erwartet uns hier ein weiterer, der X-Hunter. So, jetzt wird es witzig. Dieses Licht, was ihr da seht, dürfen wir unter keinen Umständen berühren. Denn dann kommen hier die schönen Sicherheitsverkehrungen. Jetzt muss ich überlegen. Scheiße, ja, der steht da sehr ungünstig jetzt. Ja, genau das passiert dann. Boom. Boom, boom, boom. Und jetzt machen wir das ganz einfach. Wir rennen hier durch. So. Und jetzt werden wir... Genau, jetzt ist das Ding dann wieder da. Hm. Dann werden wir den ausnutzen. Ausnutzen, hm. Machen wir so. Hep, schum und tup. Nein, ja, sehr schön. Damit wir hier hochkommen, um uns einen Herztang zu holen. So. Deshalb dürfen wir dieses Ding nicht kaputt machen. Denn die Teile kommen im Gegensatz zu den Gegnern nämlich nicht mehr wieder, wenn sie einmal kaputt gemacht wurden. Weiter geht's. Hier aufpassen. Wenn ihr auf einmal von den Dingern getroffen werdet, also quasi es landet euch drauf, ist es eine One-Hit. Ist direkt kaputt. So, Vorsicht. Gleich kommt genau der hier. Wenn man das nicht weiß, kann das echt fies enden. Also, das ist echt... Wie gesagt, wenn man die Sage das Erste macht, kann das echt böse enden. Jetzt wieder aufpassen. Immer warten, bis die Dinger alle unten sind. So, das war's. Ob noch irgendwas kommt, ich glaub. Ne, äh, jetzt... Ja, und ich springe bei den Slochen, ist klar. So, jetzt... Da oben wollen wir hoch. Da oben. Ähm, die Frage ist nochmal genau, wie kommen wir da hoch? Ähm, ich glaub mit dem Burner wieder. Denn da oben haben wir wieder was. Hep, und pschum. Ja, so nicht. Nochmal. Ja, wollen wir auf... Nein, halt auch nicht. Hep, und pschum. Nein, das war auch nix. Ja, das war was. Das sah doch gut aus. Probiert wir uns das anderem mal. Geht's direkt. Da ist ein... Bididididding. Energietang. Das ist unser dritter erst. Fehlt noch einer. Oh, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay, ja gut. Müssen wir mit leben. Jetzt kommt ein Zwischenboss. Eins der, äh, ja... Von den Zwischenbossen, wo man denkt, so... WTF? Muss das sein? So ein doofes... Master Sword oder sowas. Boom, boom. Das ist, naja... Ähm, wie gesagt, wer sich das Ding in Ausdenken gedacht hat, zwei wenig. Ich find's sehr allenfalls los, so ein komisches, äh, Pixelschwert als Zwischenboss zu machen, um... Stirb, 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 stirb. Müssen aufpassen, wo der genau da ist. Na, komm. Na, komm. Zirka ist ein Ende nur hinaus, so doofes Schwert. Du bist nicht so gut wie das Original Master Sword, also sei ruhig. Ach, komm. Danke, das war's. Kaputt. So, das Schwerste an der Stage kommt noch, nämlich der Eingang, ja, das Kacke, zu den... Zum X-Hunter, der ist nämlich... Ah, ja, gut. Durch, durch ist immer noch am besten. Wupp. Geschafft, so. Der ist nämlich... Ja, jetzt müssen wir uns beinhalten. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das? Ich glaube, wir müssen rennen. Jupp. Und zwar... Unutopisch schnell, sonst... Ich glaube, ich bin zu langsam. Ich glaube, ich schon, ich bin zu langsam. Oder schaffe ich das noch? Boah. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Kacke. Da unten müssen wir rein. Ich komm nicht mehr rein. Ich darf mich sterben lassen. Das ärgert mich jetzt richtig. Kacke. Na gut, muss ich. Ich muss mich sterben lassen, so doof das auch klingt, aber... Ich kann's leider nicht ändern, weil wenn wir den Hunter auslassen, ist das einfach Kacke. Ja, genau. Da wir gerade gescannt wurden, ist dieser Boss stärker. Wir lassen uns ein paar kalt machen. Das machen wir jetzt ganz schnell hier und... Prügel mich. Prügel mich. Ist okay. Bing. Müssen wir leider. Schade. Ich hab's leider nicht hingekriegt. Ich hoffe... Continuous hab ich eigentlich noch. Okay. Letztes Leben. Okay. Wenn wir's jetzt nicht schaffen, gehen wir gehen... Oh, gehen wir... Wir gehen... Wir gehen over, ne? Game over. Herrgott. Eieiei. So. Nein. Nein. Nicht stehen bleiben, Megaman. Nicht stehen... Ah, Megaman. Das wird doch wieder nix. Oder? Doch. Wir sind drin. Gut. Boss. X-Hunter. Nicht X... Doch, X-Hunter. Die Frage ist, welcher wadert. Einer ist eklig und einer geht. Es ist der... G-Typ. Wenn ich nochmal die Taktik noch rauskriege. Willkommen, X-Hunter-Zerstörung steht bevor... Mit seinem... Mit seinem... Ah! Drecksau. Nein! Genau. Das sollte nicht passieren. Okay. Jetzt muss ich nochmal gucken. Nein. Äh, ja. Das ist es. Die Taktik kriege ich gerade nicht raus. Hebs. Na, das war nix. Aber so und... Ah! Bam! Der... Nein, Mann! Was mache ich denn? Gut, dass ich einen Energietank habe. Ich bin eh gleich dem Over. Von daher ist das nicht schlimm. Oh! Oh! Leck mir an der Furt. Und der andere ist aber... Man muss sagen... Aua, du Sack! Ei! Jetzt komme ich wieder nicht weg von dem Penner. Boom! Du Penner! Boom! 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 Jetzt kommen wir wieder Treffer in Serie. Okay, oder ich hab... Ich wollte schon gerade... Ich hab ihn irgendwie ausgeprickst. Aber nein. Aber ich glaube, der ist jetzt gleich kaputt. Und zwar jetzt! Boom! Das war's. Kaputt. Und er lächelt sich ja. Ich habe vielleicht... Ja, aber... Ja, genau. Das ist wieder dieser abgehackte Text. Weil die Deutsche aber zum Kacke ist. Siotile. Gut. Wir haben jetzt... Rumpf und... Beine. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Zwischenboss schaffen. Ha, ha, ha. Sonst bin ich Game Over. Dann waren wir ja alles umsonst. Episch. Hallo? Ja, und ohne? Hm? Nein. Wupp. Wupp. Hm. So nicht. So ist das Ganze... Ich hecke hier in der Falle. Das ist nicht gut gewesen. Bumm. Ah, was mache ich denn? Ich stelle mich wieder an wie der letzte Honketonk, ey. Bip. Bumm. Schaffe ich nicht. Ich will keinen Energietank für den Verbraten. Wupp. Wupp. Aber er qualmt schon mal ein bisschen. Oder ist das hinten in seinem Schussdingen? Bieg. Bumm. Kaputt. Gut. Ui. Mega, wenn Pustet mal durchkommt. Energie. Ja, natürlich gibt er mir keine... Oh nein. Ach, das ist... Ja, das ist sehr scheiße. Ah, das ist nicht... Is no good. Gottes Willen. Boss. Scheiße, wie mache ich das jetzt? Ja, geht nicht anders. Sorry. Subtank. Geht nicht anders. Ähm. Schwäche. Ich glaube, das war der Silk Shot. Ich will ihn jetzt schaffen. Das bin ich geben over. Das ist Käse sonst. Gucken wir mal. Ich hoffe, der Isis auch. Ohne Schwäche kann der Boss nämlich richtig eklig sein. Jo, ich hab ihn. Also erst schon, das war die Schwäche. Jetzt wird nur noch drauf geholzt. Jetzt verliert er nämlich sein Schwänzlein. Oh nein. Oh. Wo ist er? Ah. Komm her. Wo ist er? Wo ist er? Da. Nein. Und. Ah, du. Feig zu. Auf den Sack. Auf den Sack. Dann wieder. Wenn er uns nämlich mit seinem Schwanz zu fassen kriegt, den wir, hahaha, gerade zertrümmert haben, saugt er uns quasi die Power aus. Nicht die Energie quasi, sondern die Power. Wir können quasi später keine Superschüsse, mein Gott, war das knapp, keine Superschüsse mehr machen. Später können wir nicht mehr hoch springen. Wir können nicht mehr slideen. Und irgendwann können wir uns kaum noch bewegen. Oder macht uns einfach platt. Und hepp. Oh, da war wieder ein, äh, Skillsprung. Boom! Na komm, du feige zu. Hä? Wieder so ein Skillsprung. Ja, der, dafür war der so unskillig jetzt gerade. Oh, ich warte noch. Feige Sau. Komm her. Bam! Ah, kacke. Jetzt war der auch wieder. Wer hätte stehen bleiben sollen? Boah! Boah! Hepp! Sehr schön. Woher sagt, komm her. Oh! Haha! A little bit of knapp war das, ne? Muss ich mal sagen. Ah, dann nicht. Ha! Erwischt. Komm, drei Treffer noch. Oder so einen täftigen Superschuss noch. Hepp! Einen Schuss noch. Einen Schuss. Und dann haben wir den. Obermaster platt. Das war's. Bam! Mit der Faust. Mit der Faust in den Bauch. Gut. Ging sogar schnell. Jetzt kommt der letzte. Na, wie mache ich das hier am besten jetzt? Ich darf in dem Level nicht sterben. Sonst ist der Hunter nämlich weg. Deshalb. Ich muss mir überlegen, wie mache ich das am besten? Ich würde sagen... Äh, warte mal kurz überlegen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Du bekommst... ... diese komischen Magnet Mines. Okay. Ähm, wie mache ich das? Wie mache ich das? Überlegen, überlegen, überlegen. Ich will was ausprobieren. Wir machen mal einen Safe State. So. Und dann lasse ich mich mal sterben. Sodass ich wieder mehrere Leben habe. Ich springe jetzt einfach mal ins Loch. Lass mich sterben. Und hoffe, der Typ verschwindet nicht. Weil wenn er verschwindet, ist das kacke. So. Wupp. Springen wir hier runter. Und... Kaputt. So, weil ich muss da mehr Leben haben. Für den Wunschung schaffe ich nicht. Entschuldigung, wenn es ein bisschen knatscht. Mein Ohr hat gejuckt. Entschuldigung. So, und? Gut, er ist noch da. Gut, das ist nämlich auch der Schlimmste. Der ist echt schwierig. Ah. Dann, 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 dann. Jing. Bubble Crap. Der Boss selber geht, aber der Endboss ist halt echt nicht einfach. Ach, nicht der Endboss. Verdreh dich eigentlich. Der X-Hunter ist nicht einfach. So. So. Naja. Helm. So, sehr schön. Holen wir uns erstmal hier direkt ein Leben. Will, tu deine Arbeit. Danke. Gut. Mal gucken, hier ein bisschen Energie sammeln. Gegen die... Viecher mal was. Naja, die geben wir keine Energie, ey. Mega mit... Mega... Mega mit... Mega mit... Boah. Wortkotze. Mega mit X1. Der war ganz schlecht. Haben die nämlich übelst viel Energie gegeben. Da konnte man immer ganz gut Energie farmen. So. Jetzt... Wird's schwierig. Dieses schöne Schifff da. Und das müssen wir kaputt kriegen. Sonst können wir den Hunter vergessen. So. Und das ist echt nicht einfach. Weil wir müssen volle Pulle drauf. Wir müssen ohne Rücksicht auf Treffer. Die wir kassieren. Und das ist echt... Wie gesagt, das ist echt nicht einfach. Und volle Möhre draufholzen. Am besten nah dran immer. Und holzen, holzen, holzen. So, sehr schön. Das war das erste. So, drauf schießen, schießen, schießen. Und dann hier bam, 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 bam. Und schießen. Und noch mehr schießen. Und ballern, was das Zeug hält. Sehr schön. Sehr schön. Das sieht gut aus. Ups. Da gehen wir noch nicht rein. Da gehen wir später rein. So, jetzt müssen wir hier... Häpp und... Ja, ich glaube, den habe ich getroffen sogar. Scheiße. Der war kacke. Häpp. Ne, da kriege ich nichts. Hier ist Gott sei Dank kein Loch gewesen. Wo ist er, Viech? Da ist es. Definitiv kaputt kriegen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Warum, das zeige ich euch noch gleich. Wenn es soweit ist, wenn wir es schaffen sollten. Jetzt ist er so übelst weit oben. Da komme ich nicht dran. Kacke. Ne, da oben treffe ich ihn nicht. Das ist scheiße. Der muss runterkommen. Der muss runterkommen, sonst wird das nichts. Da ist er. Der ist wieder zu weit oben. Scheiße. Ich kann mich sonst sterben lassen. Das sage ich euch. Das wird nichts. Nein, ich treffe ihn nicht. Komm her. Ja, jetzt ist er kaputt. Geil. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Möchte ich euch noch was zeigen. Ich hoffe, ich lande jetzt nicht direkt im Loch. Nein, Gott sei Dank nicht. Huiuiui. Hep. Das ist eine gute Stelle, um Energie zu tanken. Ich hoffe, ich erwische die Stelle jetzt. Und das ist auch die richtige. Ich erzähle euch hier keinen Blödsinn. Ich glaube, das ist die richtige. So, jetzt nehmen wir hier. Wie ging das nochmal? Ähm. Silkshot. Genau, Silkshot. Und aufladen. Wupp. Plong, plong, plong. Sehr schön. Und so schnell fahnt man Energie. Und da kann man nämlich ganz schnell mal das Level raus und reingehen. Weil man kriegt nämlich auch immer schön das Extra-Life. Hep ist ganz töfte. Und kann hier schön Energie farmen. So, in das Level müssen wir später sowieso nochmal rein. Alle Upgrade werde ich hier in diesem Run gar nicht kriegen. Mal gucken, ob die hier unten ist. Ist hier auch noch irgendwas. Ah, ein kleiner Energiebolz nur. Ja, der ist da. Das müssen wir so machen. Ist egal. Ist nicht schlimm. Boom. So, auf den Sack. Weg. Weg. Jetzt wird es hier ein bisschen. Äh, ja. Weiß ich ja selber, wie was das war. So. Hep. Da hoch. Sehr schön. Und zwar. Ähm. Jetzt muss ich genau gucken. Sind wir richtig? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube, ob wir jetzt hier richtig sind. Ich hoffe es. Wenn nicht, habe ich es verkackt. Und ich glaube, ich habe es verkackt. Das gibt es nicht, ne? Habe ich es echt verkackt? Scheiße. Ich habe es. Ich habe es echt verhauen, ne? Ich glaube, ich darf mich übergehen lassen. Weil ich den Hunter nämlich kacke. Hm. Ich glaube, das war es. Nein. Ich habe es verkackt. Ne. Und die Gegner ziehen hier so, wenn ich ab. Da kann ich nicht mal schnell kaputt gehen. Ja, klar. Ja, hier hinter ist der Hunter. Scheiße. Das war es. Schlecht. Scheiße gelaufen. Kacke. Wir dürfen Game Over gehen. Ich habe den Hunter-Ding einfach verpasst. Und ich möchte unbedingt den letzten X-Hunter nämlich. Wobei, wartet einen Moment. Wenn ich sterbe, ist der Hunter weg, ne? Kacke. Wie mache ich denn das? Geht nicht anders. Machen wir es ohne den letzten Hunter. Dann kriegen wir halt das schwere Ende. Geht leider nicht anders. Sorry. Ich habe den Hunter verpennt. Tut mir echt leid. Aber das ist jetzt halt... Ja, können wir ihn ändern. Und ja, gut. Ist jetzt leider halt so, ne? Bom, 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 bom. Auf den Sack, auf den Sack, auf den Sack, auf den Sack, auf den Sack. So. Tja. Ist kacke gelaufen. Ist echt übelst kacke gelaufen. Muss man ganz klar so sagen. Scheiße. Ah, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich. Das ruht mich richtig, dass ich den letzten X-Hunter vercheckt habe, weil ich irgendwie falsch gelaufen bin oder so. Ich weiß es selber nicht. Komm, auf den Sack. Wupp. Aua. Komm, stirb. Du kannst sterben. Du kannst sterben. Stirb. Bong, 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 bong. Ups. Da kommt wieder seine Blubberblase. Bong. 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 Boom, auf den Sack. Scheiße, hat er gerade sein doofes Schild gemacht. Ja gut. Ist halt jetzt kacke gelaufen. Ey, das ist... Da kommt mir jetzt nicht drauf klar, dass ich den letzten Hunter vercheckt habe. Das ist ärgerlich. Das ist richtig mies. Kacke. Aua. Der kriegt mich nicht mal kaputt so oft, wie der mich trifft, ey. Bong, 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 bong. Ich kann einfach draufholzen. Im Hintergrund ist das scheißegal alles hier. Wupp. Komm. Du kannst sterben. Du kannst sterben. Danke. Ja, dann nicht. Komm, der letzten Schuss. Das war's. Gewonnen. Ah, das ist doof. Ärgerlich. Mann. Schade. Schade, 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 schade. Hm. Der Kopf von Zero fehlt. Das ist doof. Schade. Aber ja, okay. Wir können es nicht mehr ändern. Du bekommst, äh, Bubble Splash. Genau. Bloop. Bloop. Sehr schön. Gut. Dr. Kane ist wieder hier. Tut mir leid. Einer der X-Jäger hat die Dinge zu erlösen und alle Zero-Teile mitgenommen. Genau. Sie wollen Zero rekonstruieren. Genau. Kann ich sie damit davon kommen lassen, Kane? Ich muss sie retten. Ja. Einer der X-Hunter, der, den wir haben entkommen lassen, hat die Zero-Teile geklaut. Und jetzt bauen sie Zero wieder zusammen. So. Das ist die finale Stage. Wollen wir noch nicht reingehen. Wir werden erstmal, ähm, Crystal, Dinosaur, Deep Sea. Wir wollen noch Upgrades sammeln und leben und Energietanks füllen. Das werden wir beim nächsten Part machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und schaltet dann auch beim nächsten Part von Mega Man X2 wieder mit ein. Macht's gut. Schönen Tag noch. Hauen sie rein. Und tschüss. Tschüss.